Die Digitalisierung hat viele Herausforderungen mit sich gebracht, auch viele Veränderungen. Und ich denke, dass wir hier noch einen hohen Bedarf haben, Kompetenz zu schaffen, mit diesen neuen medialen Grundlagen, aber auch mit den neuen Informationssystemen kompetent umzugehen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns auch engagieren. Was ist Kryptowährung? Was passiert da gerade mit uns? Was ist ein Metaverse? Wird das eine neue Welt? Was passiert da? Wer erklärt uns das eigentlich? Und da helfen uns Journalisten natürlich tatkräftig, hinter die Fassaden zu blicken. Für mich bedeutet digital aufgeklärt zu sein, zu wissen, wie ich mich in einem digitalen Raum bewege, was passiert, wenn ich den Klick mache oder die E-Mail öffne. Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich auch unsichtbar sein? Wo habe ich mich schon überall angemeldet? Wo schwirren meine Daten überall herum? Und was passiert letztendlich auch mit den Daten? Ich bin bei dieser Veranstaltung immer so mit zwei Hüten, einerseits als Stiftungsvertreterin, aber auch als ehemalige Journalistin. Und ich freue mich immer wahnsinnig, dass ich Kollegen auszeichnen kann, die an so ein bisschen sperrigen Themen auch arbeiten. Und es ist eine hohe Kunst, das so runterzubrechen, dass Menschen verstehen, worum es da geht. Und ja, es ist wirklich eine Freude, Leute unterstützen zu können, die das sehr gut machen. Wir haben ein Bügelbrett als Moderationstisch, wir haben eine Katze als Hintergrund. Und viele alteingesessene Journalistinnen bei uns im Haus haben, glaube ich, so hinter verschlossenen Türen eher so die Nase gerümpft und gesagt, naja, Internet halt, wir machen den seriösen Journalismus. Und dadurch, dass wir nun auch Reichweite haben und auch solche Preise wie diesen, glaube ich, gewinnt das, was wir machen und was auch viele andere in unserem Bereich machen, halt unfassbar an Relevanz. Also wir sind ein Team von vier und haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Und innerhalb der Redaktionen bedeutet so ein Preis natürlich dann auch, dass diese Themen noch ernster genommen werden. Es muss ja nicht jeder technisch alles verstehen, aber die Auswirkungen sind wichtig, dass die vermittelt werden. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist unsere Aufgabe.